Jennifer Meyer ist eine ehemalige deutsche Fußballspielerin. Die Stürmerin spielte zuletzt für den schwedischen Zweitligisten Bolstern SSK. Karriere 1991 begann die damals 10-jährige Jennifer Meyer beim VfR Bluestart mit dem Fußballspielen. Fünf Jahre später wechselte sie zum FSV Frankfurt, wo sie ihre ersten Erfolge feiern konnte. 1999 gewann sie ihre erste Meisterschaft, ein Jahr später die U18-Europameisterschaft. Im Sommer 1999 wechselte sie zum Lokalrivalen 1. FFC Frankfurt, mit dem sie dreimal in Folge das Dabbel aus Meisterschaft und Pokal schaffte. Am 8. September 2001 debütierte sie in der Nationalmannschaft im Spiel gegen Japan. Insgesamt trug Jennifer Meyer siebenmal das Trikot der DFB-Auswahl. 2002 gewann Meyer mit dem 1. FFC Frankfurt den erstmals ausgespielten UEFA Women's Cup. Ein Jahr später wechselte sie in die US-amerikanische Profiliga WUSA, wo sie für kurze Zeit bei Washington Freedom spielte. Bereits im gleichen Jahr kehrte sie nach Deutschland zurück und spielte zwei weitere Jahre für den FSV Frankfurt. Nach der Saison 2004-05 zerbrach das FSV-Team und Meyer wechselte nach Schweden zum Aufsteiger QBIK Kaltstadt. Ab 1. Januar 2008 stand sie wie ihre Landsfrauen Ariane Hingst und Nadine Angerer bei Jurgarden Darmfurt Ball unter Vertrag. Nach zwei Jahren bei Jurgarden wechselte Meyer zum schwedischen Zweitligisten Bolstern SSK. Dort beendete sie nach der Saison 2011 ihre Karriere. Erfolge U18 Europameisterin 2000 UEFA Women's Cup Siegerin 2002 Deutsche Meisterin 1999 2001 2002 2003 DFB Pokalsiegerin 2000 2001 2002 2003 US-amerikanische Meisterin 2003 Privat Jennifer Meyer arbeitete als Verwaltungsangestellte im Bürgeramt der Stadt Frankfurt am Main. Während der damals Wenskan-Saison war sie von ihrem Arbeitgeber freigestellt. Nach ihrem Karriereende ließ sich Meyer in Schweden nieder und nahm die schwedische Staatsbürgerschaft an. Berellschaft Lukas 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 Lukas